In eine Richtung, ohne Wechsel. Versuch nur schnell, wie es geht. Und die Musik von Georg Friedrich Händler. Georg Friedrich Händler. Gib ihm ein Haar. Haar. Händler. Wer macht denn noch Trommelbasten? So, dann kriecht jeder ein so ein Rohr. Und hier, da habe ich immer, wo das Fell draufkommt, die Seite ist oben, nämlich in der Nähe, wo die Löcher sind. Also nicht das Fell hier unten drauf machen, weil die Löcher sind dazu da, dass wir diese Schnur dann reinbauen. So. So. Tschüss. Musik. Hey, super. Wie konnte er kriegst denn? Herr Sichter. Schauen wir es ungefähr? Wie ist es? Wie ist es? So was? Es gibt auch natürlich verschiedene Größen von Chanoa. Und dann ist oben drauf ein Fell und das ist genauso ein Fell wie ihr draußen auf euren Trommeln habt. Halleluja! 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 Halleluja!